Eine günstige Gelegenheit ergreift man nicht zaghaft. Man packt sie beim Schopf und baut sie aus mit Fleiß. Welche Gelegenheiten bieten sich dir gerade und wo bist du zu zögerlich im Moment? Mit zunehmendem Alter habe ich gelernt, mich jeden Tag an meinem Glück zu erfreuen, die schönen Momente des Lebens zu genießen. Bist du im Hier und Jetzt und genießt du aus vollem Herzen? Ich habe mein Schicksal selbst geschmiedet und bereue nichts. Wo hast du in deinem Leben die Zügel noch nicht in deinen eigenen Händen? Talent ist nichts weiter als die Liebe zur Sache. Was begeistert dich schon lange? Vielleicht bereits seit deiner Kindheit? Es ist noch schwieriger, Liebe in Freundschaft zu verwandeln als umgekehrt. Welche Bereiche decken deine Beziehung im Moment ab und bist du zufrieden damit? Abonniert dich, gut zu sehen, ob du dich zum Beispiel in deinem Leben gerust. Und wenn du dich zum Beispiel in deinem Leben gerusten, Du wirst spättern, wenn du dich oder irgendwelchen Raum in dir warst,